Warum ist es wichtig, dass sich besonders junge Menschen politisch engagieren? In Münster sind verschiedenste politische Jugendorganisationen vertreten und wir stellen euch heute zwei von ihnen vor. Aus diesem Grund haben wir uns mit Dietrich Aden von der Jungen Union und Max Siegmann von der SDS Die Linke getroffen. Ich engagiere mich bei der Jungen Union, weil es mir wichtig ist, für die Anliegen unserer jungen Generation sich einzusetzen und dafür zu kämpfen. Sei es das Thema Breitband, digitaler Ausbau, sei es aber auch, was ich ein sehr wichtiges Thema für unsere Generation finde, dass uns keine Schulden hinterlassen werden, dass eine Politik gemacht wird, die generationenübergreifend ist. Und ich war Anfang 20, wo ich beschlossen habe, ich will nicht immer herummeckern, ich will nicht immer mich beschweren, dass die Politik so oder so falsch ist oder dass Politiker das Falsche sagen, sondern ich wollte das Blatt irgendwie selbst in die Hand nehmen und selbst Akzente setzen. Es ist wichtig, dass sich alle Menschen politisch engagieren, aber vor allem junge Leute, weil wir wirklich sehr viel Einfluss darauf nehmen können, wie wir später leben wollen. Sei es der Wohlstand, sei es das Thema Sicherheit, sei es die Frage, wie es unseren Kindern gehen soll, welchen Arbeit wir später nachgehen wollen, wie die Zugverbindungen sein sollen. Also alles, was wir heute entscheiden, was die Politik heute entscheidet, das wird morgen und übermorgen unser Leben sein. Insofern ist es wichtig, dass sich gerade die junge Generation einsetzt, damit wir die Zukunft gestalten können. Für uns in Münster ist sehr wichtig das Thema bezahlbarer Wohnraum. Wir brauchen auch eine gute Anbindung an die Außenstadtteile. Und ein weiteres wichtiges Thema ist, das merkt jeder, wenn man mit der Regionalbahn nach Münster einfährt, das Netz ist hier wirklich schlecht. Man kann nicht mal Spiegel Online nicht mal seine E-Mails abchecken. Wir haben einen schlechten Breitbahnausbau und das ist ein Thema, wofür wir uns sehr einsetzen. Es gibt zwei Maßnahmen, die sehr wirksam sind. Die eine Maßnahme ist, an die Öffentlichkeit zu gehen, in Form einer Pressemitteilung. Wir werden uns häufig an die Zeitung, wir freuen uns auch sehr, dass sie häufig gedruckt wird. Das führt dazu, dass die politischen Akteure, nicht nur unsere eigene Partei, sondern auch viele andere Akteure, sich mit unserer Position auseinandersetzen. Wir gehen auch an die Öffentlichkeit, indem wir Menschen ansprechen. Wir haben eine Umfrage gestartet an Münster 2030. Wir sind auf die Menschen zugegangen und haben gefragt, wie stellst du dir, wie stellen sie sich ihr Leben 2030 vor. Und natürlich wirken wir in unsere Partei ein, in die CDU, die ja auch im Rat vertreten ist, die also unmittelbar ja die Politik hier verändern kann. Und wir versuchen durch Anträge, durch Überzeugungsarbeit, die Ratspolitiker zu überzeugen, unsere Position umzusetzen oder jedenfalls nachzuvollziehen. Der Austausch könnte besser sein. Es gibt ja den Begriff der Facebook-Blase. Es besteht die Gefahr, dass man immer in seiner eigenen politischen Blase bleibt und gar nicht mitbekommen, was die Ideen der anderen Jugendorganisationen sind. Und der Austausch, selbst wenn es Parteien und Jugendorganisationen sind, deren Meinung wir nicht teilen, ist sehr, sehr wichtig, um auch die eigenen Argumente und die eigene Argumentation zu schärfen. Ich war schon relativ früh der Meinung, dass die politische Situation in Deutschland nicht so ist, wie ich sie gerne hätte und habe mich über viele Dinge aufgeregt. Und beim SDS bin ich dann relativ spontan gelandet nach einer Aktion. Ich bin danach zum Treffen gegangen und habe dann festgestellt, das ist eine Gruppe, mit denen ich erstens viel Spaß haben kann, aber auch zweitens meine politische Einstellung halbwegs gut zusammenkriege und mit denen ich glaube ich auch etwas erreichen kann politisch. Also ganz praktisch ist es so, dass für junge Menschen die politischen Entscheidungen wie langfristigsten Folgen haben werden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie noch in der Schule bin oder so und zwar noch nicht wählen kann, aber politische Entscheidungen zum Klimawandel getroffen werden, muss ich damit mich dann die nächsten 60, 70 Jahre rumschlagen. Während wenn ich Rentner bin, da relativ wenig Probleme mit habe. Deswegen ist es umso jünger man ist, umso wichtiger politisch aktiv zu sein. Aber generell hat das jetzt keine Altersgrenze. Im speziellen Münster ist gerade für junge Menschen, vor allem für Studierende, die hier neu hinkommen, Wohnraum ein total spannender Bereich, da die Mieten hier absurd in die Höhe steigen. Praktisch bei der Wohnungspolitik ist es als Jugendverband relativ schwierig zu agieren. Da solidarisieren wir uns mit zum Beispiel den Hausbesetzern, die es hier in Münster gab. Was den Rassismus angeht, sind wir sehr aktiv, sowohl was in Münster als auch was das Umland angeht, Anti-AfD oder Anti-Nazi-Demos zu unterstützen. Oder jetzt wie relativ aktuell in der Schule in Givenbeck, da zusammen mit den Schülern und aber auch zivilen Kräften auszuarbeiten, wie man verhindern kann, dass die AfD auftritt oder wie man deren Rückkraft so weit wie möglich einschränkt. Also in den Abwehrkämpfen, was zum Beispiel gegen die AfD sind wir für Bündnisse zu haben. Wenn es jetzt um antikapitalistische Projekte geht, sind die meisten Jugendparteien da in ihrer Analyse eher gegen uns und dementsprechend kein klassischer Koalitionspartner.